Aurich, eine kleine Stadt im Kern von Ostfriesland. Angeblich soll es hier an einem großen Gymnasium Superhelden geben. Unsere Reporterin macht sich auf den Weg und macht unglaubliche Entdeckungen. Jetzt in FFN explosiv. Wir befinden uns hier am Haupteingang des Gymnasiums Ulrichian in St. Aurich. Es gibt sehr merkwürdige Gerüchte über diese Schule. Die Sportkurse hier gewinnen quasi jeden Wettbewerb, den es bundesweit überhaupt gibt. Und es soll angeblich sogar Schüler geben, die bis zu 350 Kilogramm stemmen. Sehr ungewöhnlich. Es gibt noch andere komische Geschichten über diese Schule. Ich werde dem Ganzen nächstes Mal auf den Grund gehen. Die da drüben, die interviewe ich jetzt mal. Hi, ich bin von FFN-CV. Kann ich jemanden paar Fragen stellen? Aber nur, weil ich jemanden grüßen darf. Hallo Mama! Ja, okay, gut. Also, ich habe so ein paar Gerüchte gehört, dass es hier an dieser Schule Schüler mit Superkräften geben soll. Weißt du da was drüber? Ähm, nein. Noch nie gehört. Also... Aber ich muss gestehen, dass ich hier doch den Eindruck habe, dass es hier nicht so ganz mit rechten Dingen zugeht. Ähm, wie kommen sie denn da rauf? Oh mein Gott! Guck mal da oben! Was ist das? Was ist denn dieser Schule? Nachdem ich einen kleinen Eindruck dieser Schule gewonnen habe, werde ich einfach noch mal ein paar andere Schüler interviewen. Das ist Steve, Captain America. Daneben Tony, Iron Man. Thor. Ich bin Black Widow. Ach ja, da kommt meine Schwester. Und das ist Banner, aber man sieht es ja gerade nicht, weil ich bin der Beste... Ah, legt mich nicht auf! Ich bin Toasty Tony. Nach den Rosinen braucht man witziger Zeit für Toasty Tony. Ich bin Miss Magic. Ich bin Rainbow Girl. Bei der Regenung einfach das Tollste. Ich bin Wonder Woman, weil ich mit meiner Mächtigkeit die Schullein von Blade. Ich bin Blade. Wir sind Mr. und Mrs. Invisible, weil wir unsichtbar sind. Fuck it! Also ich bin Atalante, eine Amazone, also eine Kriegerin sozusagen. Aufgrund des Waffenanlasses habe ich jetzt meine Feine nicht dabei. Ich bin Elektra. Wir sind die Powerpuff Girls. Warum seid ihr so falsch? Weil wir super süß sind. Und ich bin Black Widow und ich gehöre zu den Avengers. Ich bin Lara Croft und ich bin der Inbegriff der E-Mann-Super-Zone. Ich bin super, weil ich dieses Kostüm innerhalb einer Stunde gemacht habe. Warum seid ihr Superhelden? Wer seid ihr überhaupt? Ich bin das Sith-Girl von KS. Ich bin Superman und ich habe sie hier gestern adoptiert. Und ich bin echt froh, weil... Na? Na super. Also damit habe ich jetzt auf keinen Fall gerechnet. Der DLFFL. Da habt ihr eure Superhelden. Oh ne, der ist da schon wieder, oder? Oh ne, der ist da schon? Ich bin ja. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH